Es wird heiß. Er langsamer. Wenn ich den Boden liege, dann gebe ich mir einfach den Hansen. Dann gebe ich mir den Stop. So. Geil, ihr Mystery. Die Feuerwalzen. Wie entstehen Feuerwalzen? Wie schaffe ich es meinen Kaminen möglichst effektvoll zu entwachsen? Und wenn wir möglichst dabei die Posen überbrennen, um am nächsten Tag nicht mehr Schöder spielen zu können? Das hat große Kinder nicht so gut. Ich kann auch Willis Blends machen. Das wird unser aller Ende sein. Das wird langsam machen, ja. Mein Daumen sagt doch was anderes. Jetzt nimm doch nimm mal nen Handschuh. Und dann mal kurz nen Stoff. Nimm nen Handschuh. Da muss ich mal gucken, wie das Wachs abläuft. An der Stelle her. Das wird sofort flüssig. Da ziehen wir da. Ja. Ich fange die Bude ruhig ab. Ja. Das braucht man nicht mehr. Danke. Danke. Wenn man die Hüte abgefangen ist, haben wir nicht mehr rausgefahren. Ah, zählt das mit dem Bugs, aber erledigt. Ey, Leon, das klingt voll, wenn du so länger draufklappst. Dann krieg ich zehnmal mehr von den Treppen. Ja. Du hast fast kein Trockenmünzchen mehr. Ich muss wieder nachladen. Die Feuerwalde ist Part 2. Gibt's das das Ende der Feuerwalde? Ich muss kümmer Handtuh brennen. Bitte lasse hochgehen, wenn ich grad mit dem Tuch am Wischen bin. Keine Sorge. Ich muss das Ding jetzt in der Lausfalle umfallen lassen, dann hätt ich schon alles, dass dieser ganze trockenmünzigen Scheißweg da hinten ist. Vielleicht mal gut sein. Die kommen jetzt gerade alle. Jetzt sind wir schon soweit. Das reicht jetzt weiter, können wir das eh nicht mehr ausmachen, oder? Ja.